LibreOffice Herunterladen LibreOffice 7.0 LibreOffice kann kostenlos heruntergeladen werden. Rufen Sie die Webseite von LibreOffice auf. Klicken Sie dort im Menü auf Download LibreOffice Download. Normalerweise sollte LibreOffice Ihr Betriebssystem automatisch erkennen. Andernfalls wählen Sie im Dropdown-Menü LibreOffice für Ihr Betriebssystem aus. Klicken Sie nun auf die Auswahlfläche Download. Es wird auf die nächste Seite geschaltet. Der Download sollte automatisch beginnen. Deshalb klicken Sie jetzt nicht auf den Dateinamen. Es erscheint die Dialogbox Öffnen von LibreOffice.msi. Klicken Sie auf den Button Datei speichern. Sobald die Datei heruntergeladen wurde, können Sie nun die LibreOffice Hilfe downloaden. Klicken Sie im grünen Feld auf den Text Offline LibreOffice Hilfe. Es erscheint die Dialogbox Öffnen von LibreOffice.msi. Klicken Sie wieder auf den Button Datei speichern. Unter Window werden die beiden Dateien üblicherweise im Ordner Download gespeichert. Sie können nun die Installation von LibreOffice vornehmen. Beachten Sie bitte auch die Installationsanweisungen unter kaufschlender. kuflender. kuflender.